Inmitten der Angst vor dem Ausbruch der zweiten Corona-Welle wird es um den Reiseanbieter TUI wieder laut. Diesmal ungewohnt positiv, denn es wird mit dem Sorglos-Reisen-mit-Covid-Projekt geworben. Ob diese Werbeaktion in Kombination mit den 1,8 Milliarden Euro Staatshilfen nun die Aktie des größten europäischen Reiseanbieters zu einem Turnaround-Kandidaten macht oder ob es im Sinkflug weitergeht, werden wir uns in diesem Video ansehen. Wenn du wissen möchtest, ob aktuell TUI ein lukratives Investment ist, musst du unbedingt dranbleiben. Hallo zusammen, ich bin Florian Orthaber von Finment und unsere Passion ist es, angehenden und bereits erfolgreichen Anlegern wichtige Tools und Strategien zur Verfügung zu stellen, damit sie in allen Marktphasen profitabel und risikogeschützt agieren können. Die Corona-Krise hat besonders die Tourismusbranche in einen tiefen Abgrund gestürzt. Das führt dazu, dass die Aktien dieses Sektors erhebliche Verluste aufweisen. Auch die TUI AG hat es hart getroffen und viele langjährige Investoren blicken nun noch mit traurigem Gesicht auf die Positionen zurück. Werden die aktuellen Änderungen im Konzern die Aktie zu einem Turnaround-Kandidaten machen? Du wirst nun wissen wollen, wie du das am besten herausfindest, oder? Und genau darum solltest du bei der heutigen Aktienanalyse besonders gut aufpassen. Denn wir werden dem Reiseanbieter TUI heute mal so richtig auf den Zahn fühlen. Wir werden dir den Ablauf von der Investitionsidee bis hin zum erfolgreichen Investment mit dieser detaillierten Aktienanalyse aufzeigen. In unserem standardisierten System konzentrieren wir uns nicht nur auf finanzielle Taten des Unternehmens, sondern auch auf makroökonomische Zusammenhänge und Abhängigkeiten. In der ersten Phase der Analyse sehen wir uns also mal das Marktumfeld von TUI an, damit du verstehst, worum es sich bei dem Tourismusanbieter überhaupt handelt. Mit mehr als 71.000 Mitarbeitern ist TUI europaweit der größte Reiseanbieter. Den stärksten Umsatz generiert die TUI Travel, welche für Fluggesellschaften und Reiseveranstaltungen mit 86,6% Anteil des Umsatzes zeichnen. In Summe sind hier 2019 15,6 Milliarden Euro an Umsatz erwirtschaftet worden. Die am stärksten wachsende Division von TUI ist die Kreuzfahrtbranche mit einem Umsatz von knapp einer Milliarde und 5% Anteil. Die restlichen 8% erwirtschaftet der Konzern mit Hotels & Resorts und Immobilieninvestments. Auffällig wurde TUI immer wieder durch seine intelligenten Joint Ventures, wie zum Beispiel mit dem zweitgrößten Kreuzfahrtanbieter und der Reederei Royal Caribbean. Mit dem 50-50-Vertrag entstand die TUI Cruises Kreuzfahrtflotte im Jahr 2007 und erst kürzlich wurden auch Verträge mit Hapag Lloyd unterzeichnet, um das Luxus-Expeditionskreuzfahrtsegment zu übernehmen. Ob das die richtige Investition war, inmitten des Ausbruchs der Corona-Krise, werden wir auch noch im Detail beleuchten. Jedem wird klar sein, dass TUI Teil der Reisebranche ist, welche weltweit seit einigen Monaten hart mit dem Überleben kämpft. Bereits digitalisierte Unternehmen dieser Branche haben es ein wenig leichter als die alteingesessenen. Aber währenddessen im deutschen Fernsehen für Heimaturlaub und Ferienwohnungen geworben wird, sieht der klassische Tourismus durch die Finger und muss sich überlegen, wie die hohen Fixkosten getragen werden können. Doch bevor wir uns mit dem großen Problem der TUI AG auseinandersetzen, wollen wir uns ansehen, wie groß die Aktiengesellschaft überhaupt ist. Damit wir keine falschen Schlüsse aufstellen, machen wir das mit dem Market Cap System. Mit einer Marktkapitalisierung von rund zwei Milliarden Euro schafft es TUI gerade mal so auf die Medium Caps Liste. Wenn man bedenkt, dass der Reisekonzern vor ein paar Jahren noch mitten in den Großen mitspielen durfte, ist das doch ein sehr, sehr harter Rückschlag. Es ist auch logisch, dass wir als Investoren nicht nur irgendwelche Kennzahlen einer Aktie aus dem Internet suchen und dann all unser Geld in dieses Unternehmen investieren. Es kommen immer mehrere Faktoren für ein gewinnmaximiertes und risikoreduziertes Investment zu tragen. Denn neben der finanziellen Grundlage des Unternehmens sind auch die makroökonomischen Daten und vor allem der Investitionsablauf erfolgsentscheidend. In der aktuellen Lage solltest du in der Tourismusbranche besonders auf die Makrodaten Acht geben, denn diese könnten einigen Anbietern in die Insolvenz treiben. Wie man auch ohne Krise in den unzähligen Beispielen der letzten Jahre gesehen hat, kann es sehr, sehr schnell gehen. Oder erinnerst du dich noch an Thomas Cook, Germania oder eher Berlin? Die erste Stufe des Marktumfelds haben wir uns gerade angesehen. Jetzt gehen wir auf spezifische Kennzahlen aus der Bilanz des Unternehmens ein. Damit du weißt, ob TUI zum Turnaround-Kandidaten des Jahrzehnts wird oder kurz vor der Insolvenz steht. Die Krisensicherheit der TUI-Aktie macht hier auch gleich den Anfang. Denn mit wichtigen Kennwerten wie dem Fremdkapitalhebel und dem Verschuldungsgrad wird sich zeigen, ob TUI die Krise und einen möglichen zweiten Lockdown überleben kann. Die Leverage, also der Hebel des Fremdkapitals ist das 0,91-fache des Eigenkapitals. Das zeigt schon mal, dass der Konzern seine Hausaufgaben gemacht hat. Denn mit diesem Wert schafft es TUI ins Mittelfeld des zweiten Rangs unseres Bewertungssystems. Der Verschuldungsgrad liegt laut letzter Jahresbilanz bei 26,6 Prozent. Was auch zu einer 3 in unserem Schulnotensystem führt. Wie sich dieser durch die Auswirkungen der Corona-Krise verändert hat, bleibt noch abzuwarten. Aber besser wird der Verschuldungsgrad wahrscheinlich nicht werden. Gesamt betrachtet kommt die TUI also auf eine 2 in puncto Krisensicherheit. Dann werfen wir doch einmal einen kurzen Blick auf die Qualitätsfaktoren der Aktie, damit wir wissen, ob ein Turnaround bevorstehen kann. Die Finanzwelt drückt Qualität immer durch Rentabilität des Geschäftsmodells aus. Das klappt am leichtesten mit Margen. Die Bruttomarge von TUI liegt aktuell bei 8,4 Prozent und ist somit eher schlecht. Hierfür wird eine 5- vergeben. Wichtiger ist die operative Marge, welche sich auf 2,7 Prozent beläuft, was auch nicht gerade für Qualität spricht. Denn um auf den vierten Rang zu kommen, wären zumindest 5 Prozent vonnöten. Die Qualität der Aktie wäre somit auch mit einer 5 zu bewerten. Darum sehen wir uns die Kernwerte des Unternehmens an, um zu verstehen, wieso hier geringe Rentabilität besteht. Kernwerte klassifizieren wir als zyklische Renditen von Grundwerten. Die Ertragsrendite einerseits beläuft sich auf 6,4 Prozent. Damit dürfen wir für die Erträge wieder eine glatte 2 vergeben. Und die Free Cash Flow Rendite hat einen Wert von 0,12 Prozent. Das zeigt, dass TUI unterm Strich nicht besonders viel erwirtschaftet. Damit kommt die Aktie auch nur auf den vierten Rang. Die Kernwerte des Unternehmens wären somit gesamt mit einer 3 durchschnittlich zu bewerten. Wenn du bereits Aktionär der TUI AG bist, wirst du wissen, dass man diese Position lieber mal überfliegt bei der Ansicht seines Depots. Darum sehen wir uns auch mal das Momentum der Aktie an, welches Aufschluss über die Kursentwicklung geben kann. Denn wie du bestimmt schon weißt, ist Geld wie Wasser. Wo es sich einmal einen Weg gebahnt hat, wird es weiterhin fließen. Der 6 Monats Preisindex als Maßstab für das Momentum beläuft sich auf 62 Prozent Kurseinbruch im letzten halben Jahr. Erschreckender ist, dass mit diesem Wert nicht mal die schlechteste Wertung hier genannt werden muss. Darum kommt TUI hier noch in den vierten Rang. Und deshalb fragen sich auch viele Investoren, ob es mit dem Turnaround der TUI Aktie noch etwas werden wird. Aufgrund der Fundamentaldaten ist die TUI Aktie gerade nicht so schlecht bewertet, wie man sie vielleicht vermuten würde. Mit guter Krisensicherheit und mittleren Kernwerten kann sie auf jeden Fall punkten, wenn dann nicht die Qualitätsfaktoren und das Momentum wert. In Summe kommt die Aktie bei unserem Bewertungssystem auf eine 4 minus. Wenn du nun aber wissen willst, wie wahrscheinlich der Turnaround der Aktie ist, müssen wir uns detailliert mit den makroökonomischen Chancen und Risiken auseinandersetzen. Damit wir keine Zeit verlieren, starten wir mal positiv mit den Chancen durch, welche von den Analyseprognosen her vertreten werden. Der Umsatz von TUI betrug im Jahr 2019 nahezu 19 Milliarden Euro. Im Jahr 2020 soll sich dieser durch die Corona-Krise auf 9,7 Milliarden Euro nahezu halbieren. Laut Prognosen ist bis 2023 dieser Umsatz wieder nahe an den 19 Milliarden Euro und somit eine Erholung gleichzusetzen. Auch die EPS-Aussichten bieten nicht gerade Grund für einen Freudentanz. Aktuell beläuft sich das EPS auf 70 Cent pro Aktie. Bis Ende des Geschäftsjahres soll es auf minus 2,5 Euro pro Aktie einbrechen und dann in kleinen Schritten bis 2023 wieder bis zu 60 Cent pro Aktie hinaufklettern. Die Analysen der TUI-Aktie sehen in naher Zukunft eher schwarz. Darum sehen wir uns mal an, welche Chancen des Makro-Umfelds auf die Aktie zukommen. Einige Anleger sehen das neue Sorglos-Reisen mit Covid-Projekt schon als Anzeichen für steigende Kurse und sind optimistisch. Dass diese Reiseversicherung bei Covid-Infektionen im Urlaub jedoch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein wird, sollte klar sein. Denn das in TUI-Reise inkludierte Angebot erübrigt keine Reiserücktrittsversicherung. Da die Regeln nur zur Anwendung kommen, wenn man sich während der Reise oder im Urlaub mit Corona infiziert. Bei kurzfristiger vorzeitiger Erkrankung erfährt man ohne Reiserücktrittsversicherung dennoch einen finanziellen Schaden. Für die folgenden Jahre könnte das Joint Venture mit Hapag Lloyd und den bekanntesten europäischen Luxus-Kreuzfahrtschiffen zu mehr Umsatz führen. Denn aus den im Februar 2020 unterzeichneten Verträgen geht hervor, dass die 50% Beteiligung an den Umsätzen die Expansion zur digitalisierten Plattform genutzt werden soll. Fraglich bleibt jedoch, ob dieser Deal aktuell die finanzielle Lage von TUI verschlechtert. Denn eine alleine Umsatzbeteiligung ohne Kostenbeteiligung wird man in keinen Joint Venture finden. Und da die Kreuzfahrtindustrie seit mehreren Monaten brach liegt, entstehen hier exorbitante Kosten, auf die wir auch gleich eingehen werden. Ein weiteres Risiko stellt natürlich auch die Kursvergangenheit des Reisegiganten dar. Denn der maximale Kurseinbruch kann bei TUI nicht einmal richtig betitelt werden, da seit Börsennotierung 1987 noch kein längerfristiger Aufwärtstrend zu finden war. Die Aktie war immer schon von Krisen und in eher skurrilen Kursbild dargestellt. Die direkten Risiken auf Makroebene hängen zum Großteil von den Stillstandskosten der Flugzeuge und Schiffsflotten ab. Auf diese werden wir gleich im Detail eingehen. Aber auch beim deutschen Steuerzahler dürfte der Konzern aus Hannover in Ungnade gefallen sein. Denn nach den 1,8 Milliarden Euro Staatshilfe Ende März wurden gleich einmal 8000 Stellen zur Streichung angesetzt. Davon wahrscheinlich ein Großteil in Deutschland, da Overheadkosten eingespart werden müssten. Doch kommen wir zu den Kostenfaktoren. Die TUI Fly besteht aktuell aus 150 Maschinen, davon sind lediglich 5 abgeschrieben und im Besitz. Was den Kosten bei Stillstand zugutekommt. Demnach hat die TUI 97% aller Flugzeuge geleast, wofür natürlich auch Raten gezahlt werden müssen, obwohl der Flugverkehr stillsteht. Dieser Fakt kann schon in Milliardenhöhe zu Buche schlagen, wenn die Flotte längere Zeit stillsteht. Noch schlimmer steht es um die Kreuzfahrtsparte. Denn wie man weiß sind Liegeplätze nicht gerade günstig und das Modell des Warm Layups erzeugt weiterhin Betriebskosten. Das bedeutet einfach nur, dass die Schiffe nicht komplett stillgelegt werden, da sonst eine Inbetriebnahme zu lange dauern würde. Demnach muss Personal an Bord sein, Wartungsarbeiten geleistet werden und auch Kontrollfahrten gemacht werden. Was denkst du, wie hoch könnten die Betriebskosten im Stillstand pro Schiff im Monat ausfallen? Schätzungen zufolge dürfte pro Schiff im Monat eine Last von ca. 1,5 bis 3 Millionen Euro entstehen, deren kein Umsatz entgegensteht. Wenn man den Vertrag mit Herbert Lloyd mit einbezieht, sind aktuell 12 Schiffe in der TUI Cruisesflotte und bis dato Kosten zwischen 72 und 144 Millionen Euro entstanden. Dass die Kreuzfahrtindustrie noch lange unter der Corona-Krise leiden kann, zeigen die Beispiele der letzten Tage. Dadurch, dass sich durch die enormen Menschendichten und Konzentration auf den Schiffen Keime und Viren gerne verbreiten, geht es schnell, dass Infektionsherde ausbrechen. Wer schon an Bord eines Kreuzfahrtschiffs war, wird wissen, wovon ich spreche. Auch in normalen Zeiten gibt es standardisierte Abfragen zum Gesundheitszustand, bevor man die Reise antritt. Wer Fieber oder Übelkeit beim Check-in hat, findet sich schneller als gedacht beim Bordarzt wieder und wird einer großen Gesundheitsuntersuchung ausgesetzt. Wenn man Pech hat, wird man sogar an der Pier stehen gelassen, bevor die Reise beginnt. Wenn du trotz der mäßigen Fundamentaldaten und den Risiken dennoch einen Turnaround-Investition eingehen möchtest, musst du besonders auf dein Money Management achten. Ein kleiner Fehler genügt und du findest dich wie in einem Kamikaze-Pilot im Sturzflug wieder. Denn bei ungeplanten Investments ohne aktive Absicherung deines Kapitals kann es hierzu Verlusten in unfassbarem Ausmaße führen. Wie so oft im Leben spielen wir als Individuen die wichtigste Rolle. Systematisch kannst du alles richtig machen. Wenn dein Handelsplan, Risikopotenzial und dein persönlicher Umgang mit Geld nicht zu dem Investment in TUI passt, nützt dir das alles nichts. Damit du herausfindest, ob das Potenzial der Aktie zu deinem Risikopotenzial passt, solltest du dich für einen persönlichen und kostenlosen Erfolgsplan eintragen. Gib uns auch Bescheid, was deine größten Hürden am Weg zur finanziellen Freiheit sind. Dann können wir gemeinsam bestimmen, wie diese aus dem Weg geräumt werden und du anfangen kannst, wirklich profitabel zu investieren. Wenn du deinen persönlichen Erfolgsweg an der Börse bestimmen willst, wirst du auch nicht um die Ebenen des Handelsablaufs und deiner persönlichen Einstellung zur Börse herumkommen. Du musst sozusagen Börsenintelligenz entwickeln, denn sonst wirst du nicht nur Zeit, sondern auch Geld verlieren. Wenn du den ersten Schritt zur finanziellen Freiheit gehen willst, dann sichere dir deinen persönlichen und kostenlosen Erfolgsplan. Den Link dafür findest du unter diesem Video in der Infobox oder rechts oben, indem du auf den Link klickst. Ansonsten wünsche ich dir noch gute Investments, alles Gute für die Zukunft, bleib gesund und wir sehen uns in der nächsten Videobeitragsreihe wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.